Heute ist der Tag der Tage, wir drehen das erste Musikvideo zur ersten Single und in den letzten Tagen gab es hier einen kleinen Klamottenausbruch, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe einfach nicht das passende Outfit gefunden. Jetzt habe ich aber was gefunden und eigentlich wollten wir genau vor 10 Minuten losfahren. Allerdings gab es noch ein Problem mit der Technik. Der Verleiher hat in Filmemachern die falsche Technik eingepackt, deswegen müssen die jetzt nochmal zum Verleiher fahren. Und wir treffen uns erst 1,5 Stunden später als geplant. Aber irgendwas muss sehr schieflaufen. Wenn das alles ist, dann okay. Bin gespannt. So, wir haben die erste Station des Drehs erreicht. Prost. Erstmal trinken, ne? So, jetzt kommt Köln. Alisha gönnt sich auch richtig hart ein Altbier in Köln. So, wir drehen jetzt als erstes die letzte Szene. Quasi haben wir jetzt die ganze Partynacht hinter uns und müssen jetzt abgerockt aussehen. Ich habe gesagt, ich sehe nie abgerockt aus und Lischi meinte... Wie die letzten Menschen sehen wir aus, wenn wir nach Hause kommen. Nein! Das ist Quatsch. Ne, das ist überhaupt... Ich werde euch zukünftig mit Bildern versorgen. Nein, haben wir sie nicht. Okay, das war jetzt die erste Szene. 3,4 Stunden sind wir erfroren, Lischi. Guckt euch das Gesicht an. Guckt es heute an. Dankeschön. Freude. Zweite Szene. Wir sind jetzt im Parkhaus angekommen. Ich habe in meinem Leben diesen Parkplatz verteidigt, weil hier alles volle ist. Es ist Weihnachtsmarkt, wo da gehen wir jetzt hin? Warum? Nein, das Außerung. Hallo, es ist minus 10 Grad. Es ist schon warm. Es ist drei Jahre an der Universität für. In Irland. Ja, genau. Nie wieder. Ich kaufe dir morgen ein Wettmenü, okay? Nee. Ich weiß schon. Wühlpol. Jetzt. Wühl. Wühlpol. Ich bin gestorben. Es ist so kalt, dass dieser Brücke es zieht. Und ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass es ohne Jacke zu machen ist. I don't know. Ich kriege meine Jacke nicht zu. Karma. Ich bereue alles. Was machst du da? Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da.